So, schwupp, ähm, müh, okay, dann lass mal gucken, wie sieht's denn hier aus? Uh, ich hab gar nicht gezählt, habt ihr geguckt, wie viele Dinger das waren? Ich hab gar nicht geguckt, Base hat wieder komplett woanders rumgeschaut. Okay, wir wissen ja, sie machen jetzt am Anfang gar keine Gents. Die machen ja die ganze Zeit Blümchen. Die Eingeweide pflanzen. Da war eine beim Bus. Oh, hi. Wo denn, bitte? Bin ich blind? Ich hab doch hier grad Scratches ohne Ende gesehen. Bist du in den Bus gelaufen? Ach, hi. Er hat aber auch die Ruhe weg, ne? Also, wenn das Ledergesicht so hinter mir stehen würde, dann würde ich auf jeden Fall ein bisschen Panik kriegen. Und Watte, grüß dich, willkommen im Stream. Wie geht's dir? Ja, du bist, ich hab gesehen, du bist schon hart wahrscheinlich wieder in Dead by Daylight unterwegs. Okay, lass mal sehen. Äh, ich seh gar keinen, ich seh gar keinen anderen Typen hier. Deswegen glaub ich, dass die alle hier noch in der Nähe sind. Auch da, ja. Oh, du leckst aber ein bisschen, mein Freund. Was war das denn? Okay. Oh, oh, Bill. Oh, Bill. Oh. Er hat aber auch die Ruhe weg hier, der andere Bill, ne? Ich hab ein Déjà-vu. Ich muss hier runter. So, warte. Wo ist er denn hin? So. Hey, Klimi. Ich sag ja, mit insidious Blumencamp. Ohne Flachs. Das ist, glaub ich, jetzt die Killer-Strap. Und, lass mich raten, wieder einer an der Blume dran? Ne, doch nicht. Dacht jetzt gerade. Aber mein Barbecue zeigt nichts an. Deswegen, sie sind noch alle hier. Die Macht der Blume. Oh, hi. Jetzt echt einer macht Gents? Der arme Dwight da hinten macht Gents? Das lief gut, Dwight, würde ich mal sagen. Ja, jetzt würde ich auf jeden Fall noch den Koffer mitnehmen. Ganz clever. Ganz, ganz clever, oder? Okay, ähm. Nächster Blumenhaken. Komme ich da hin? Ah, es wird knapp. Vielleicht würde ich da wieder zu viel... Eigentlich muss ich einen Perk rausnehmen und einen Iron Grap mitnehmen, ne? Äh, Iron Grip. Damit ich die Leute mitbringen kann dahin. So, zack, so. Dwight ist ein ganz schlauer. Das wussten wir immer schon, ne? Oh, guck mal, da hinten sind sie alle. Da muss eine Blume sein. Weil da ist nämlich kein Generator, da ist nur ne Blume. Oh, sie haben sie weggemacht, seht ihr? Mission first. So. Alle so, ich hab hier hinten ne Blume gesehen, wir müssen da hin. Oder Erregung. Oh, ja, oh. Schneller laufen. Oh, gut. Ja. Seht ihr? Blume. Oh, wie sie einfach voll die Geier sind auf die Pflanze, oder? Wie heftig kann man denn ein Geier an? Wie heftig ist ein Geier an? Okay, wird wahrscheinlich... Wird bei uns wahrscheinlich nicht anders werden, wenn wir anfangen. Aber... Das ist krass, oder? Ja, Gott, komm. Hier. Oh, da vorne ist es noch ne Pflanze. Perfekt. Und wir... Ich höre schon, wie der andere Bill gerade schon wieder an der Pflanze nuggelt. Das ist so gut. Ich will sofort... Seht ihr? Oh, Mann, ist das gut, ey. Das ist so krass, weil... Dead by Dead hat sich jetzt einfach mal komplett vom Fokus herdreht. Ist leider drin, ne. Keiner macht mehr Gens. Machen sie das sonst auch nicht. Oder da geht's wieder los. Oh, da sind sie wieder. Die Bill-Zwillinge, die Ratio-Farm... Die Ratio-Farm-Bills. Habe ich jetzt den richtigen? Die sind bei... Oh, da... Er ist sofort auf die Pflanze gegangen. Er hat gesagt, da muss ich hin. Ach, ist das... Also, weißt du, wenn er so drum bettelt, ne. Weil ich neben der Pflanze stehe. Tut mir leid. Dann kann ich ihm echt nicht helfen. Also, ich weiß, dass jetzt das Event ist. Aber man muss doch nicht so kaputt spielen, oder? Wie so ne Scheißhausfliege. Meine Fresse. Bill, wo bist du hin? Ah. Ich höre hier gar nichts mehr. Oh, der steht schon wieder. Kacke. Hat er ein Breakable dabei gehabt? Ich krieg hier nichts mehr mit. Da hat sie vor, Bill. Beste. Ja, ohne Scheiß. Grüß dich, Casey. Ja, echt mal. Ich finde das so großartig. Wir waren beide am humpeln. Beide mit dem... Ja, also beide dem Bill. Beide am humpeln. Oh ja, da vorne ist einer mit dem Koffer verschwunden. Das war bestimmt wieder der Smarted Dwight. Pass auf. Wir tun so, als wären wir nicht gesehen. Ah, nee, es ist... Quentin. Quentin mit seinem Spooky-Koffer. Nehmen wir eben den Spooky-Koffer ab. Quentin. Oh, da ist der Smarted Dwight. Okay. Aber wir holen jetzt erstmal Quentin, weil den hatten wir noch nicht. Der will mit uns doch alle Paletten hier wegmachen. Das ist seine Mission. Wir müssen alle Euro-Paletten hier wegmachen. Guck, da ist die nächste. Die muss er auch wegmachen. I like, I like, I like. Okay. Oh. Ach, du auch hier. Ich gehe weiter. Ich lasse den liegen. Ich will Quentin mit seinem Koffer. Quentin? Quentin? Bist du im Sneaken jetzt? Bist du jetzt am... Jetzt ist er am Sneaken? Nicht dein Ernst. Ah, fuck. Ah, okay. Der ist dann hinter dem Stein gewesen, wieder umgedreht, ne? Ja. Da sind Scratches überall. Er hebt auf mit seinem geilen Koffer. Wo ist er hin? Moment. Hat er jetzt nicht gemacht, oder? Na, ich dachte schon. Der schreit auch nach Schläge, der Bill. Absolut. Ach, komm. Die Zeit habe ich auch noch. So. Das macht so... Oh, davon läuft der Quentin. Den habe ich gesucht. Ich lasse Bill jetzt einfach liegen. Bill ist einfach zu gut. Der bleibt hier. Quentin! Es... Ach, verdammt. Was soll's? Der ist verdammt schnell, ne? Der Bill ist super schnell. Ja, ist ja gut. Oh, verdammt. Kannst du nicht da hinten hingehen? Wow. Dieser Tiger, du. Mann, Bill. Meine Fresse. Hat er gerade den nackten David wieder gesehen, oder was? Okay. Okay. Hm... Oh, hi. Da ist er wieder. Er wusste gar nicht, dass Bill fällig war, ne? Okay, jetzt ist der bunte Koffer weg. Was machst du jetzt? Moment mal. Das hast du nicht gemacht. Verdammt. Hat er auch nicht gemacht. Aber der hat seinen Koffer wieder mitgenommen. Nee, halt, warte. Moment, der lag auf der anderen Seite vom Fenster. Ha, ha. Okay. Egal. 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 Ihn will er wieder haben. Das soll er auch machen. Aber ich sehe da hinten, ihn Dwight am Arbeiten. Smarter Dwight. Komm, wir holen uns Dwight. Ich will ab heute mit anderen Augen sehen. Ja. Oh, achtet. Achtet. Moment, wo ist er hin? Ist er hier? Ach, er ist hier rum. Okay, ganz weit weg ist er. Oh Gott, ist er weit weg. Oh Gott, ist er weit weg. Da hat er Streck gekriegt. Das war Overcharge. Oh mein Gott, ist er weit weg. Hi. Ja. Da. Au, au, säge aufhören. Okay, lass mal sehen, haben wir denn überhaupt noch einen? Nö, das war's, ne? Dann komm. Und? Hab ich nicht gesagt, dass er seinen Koffer sucht? Wo ist mein Koffer? Wo ist mein Koffer? Oh, hab eine Mission, muss Koffer wiederfinden. Hi. Hi. Pass auf, gleich sehen wir wieder mit seinem bunten Koffer. Aber ich bin schneller an seinem bunten Koffer. Oh, das macht ihn jetzt fuchsig. Dass er seinen Koffer nicht kriegt. Tja. Oh, aber da ist eine Palette, die kann er wegmachen. Komm, rüber. Du musst rüber gehen. Und jetzt musst du ganz schnell den Dwight abhängen. Aber es ist zu spät. Und hier ist keine Palette mehr. Was machen wir jetzt? Quentin! Quentin! Ich krieg voll Panik. Durchs Fenster, Quentin! Nach oben, Quentin! Der Balkon ist über mir, Quentin! Ja! Mach es! Er geht wieder zurück. Was ist das ärgerlich? So, jetzt. Und er springt. Was macht er nicht? Okay, jetzt. Er springt nicht runter. Ach, maan. Hi. Hat er Balanced Landing? Nein, hat er nicht. Ja, dann ist es egal. So swaggy aus. Der Swaggy Koffer. Der Event Koffer. Auch gut. Und ich wünsche euch eine gute Nacht zu Schlafschirm. Schön, dass du reingeschaut hast. Wir sehen uns dann hoffentlich beim nächsten Mal. Gute Nacht. Oh, hier, guck mal. Ist ganz schön hart, das Ding. Geht nicht kaputt. Sieht aber voll eklig aus. So. Ja. Ist das geil. Okay, Ritual fertig. Und. Flash in Fall. Noch eine Fanta. Juhu. Zweimal Fanta. Spielgesamtwert. Eine Fanta. Okay. Ähm. Jo. GG, Leute. GG. Bip, 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 bip. Ähm. Wo sind sie denn? Oh, hier. Oh, hier. Ah, die hat aber alles mitgebracht. Okay. Nice. Nice. Do you have a few? Juhu. Du be... Tschüss. I'm supposed to be here. Ich muss... ... Und... Ich... Ich muss... Untertitelung des ZDF, 2020